So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Bevor wir reingehen, denkt dran, gern meinen Creator-Code eintragen, yt-familyag. Und vor allem, vergesst nicht ein Like dazulassen, das unterstützt mich schon mit am meisten. Also in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in den Shop. Eins, zwei, drei. So, was haben wir drin? Naruto-Paket. Ja, Naruto ist an mir komplett vorbei gegangen. Schande über mein Haupt. Also was ist drin? Einmal nach Naruto selber. Dann Kakashi. Mir ist natürlich gut, wenn ich quasi überhaupt keine Charaktere kenne. Dann das Rücken-Accessoire. Das Rücken-Accessoire sieht irgendwie nice aus. Aber ich habe schon mal gesagt, ich mag diesen Comic-Stil nicht. Ist irgendwie nicht meins. Dann das, da sag ich schon, der Ladebildschirm. Für 2.100 V-Works. Zwei Skins. Ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Plus zwei Rücken-Accessoires. Gut, der Ladebildschirm ist Bonus. Dann haben wir noch Sasuke und Sakura mit einem Back-Bling. Dann noch die Pick-Ax. Ist okay. Dann das Rücken-Accessoire. Sieht ein bisschen aus wie ein Badehandtuch. Und natürlich noch mal ein Ladebildschirm, der es wirklich nice. Also, dann haben wir noch Emotes. Dann haben wir, wie gesagt, innen drin. Noch Jutsu-Beschwörung. Dann die Rahmenpause. Das hört sich zu eklig an, die Nudeln. Dann noch die Pick-Ax mit drin. Nächste Pick-Ax. Nächste Pick-Ax. Für 1.500 V-Works. Zwei Emotes. Drei Pick-Ax. Ja, okay. Kann ich sagen. So, hier sind die Skins nochmal einzeln. Dann hier der Kleider. Er ist schon nice. Der Kleider ist wirklich nice. Natürlich nochmal ein Ladebildschirm. Voll ausgeschlachtet. Dann haben wir, wie gesagt, normales Einzeln drin. Dann das gezeichnete Mann-Paket ist wieder zurück. Einmal der Baba. Atschi. Alle Gesundheit in die Kommentare. Danke. Dann die Pick-Ax dabei. Kleider und natürlich die Lackierung. Dann haben wir Bullseye mit da drin. Cloak Shadow. Dann haben wir eine seltene Tarnung und eine noch seltenere Pick-Ax. Die Pick-Ax über zwei Jahre nicht drin. Sonnenspross wieder mit drin. Wie gesagt, die Tarnung war auch schon ein Jahr nicht mehr drin. Zeit zu tanzen. Ja, wir wissen ja, Copyright-Probleme. Monarchen-Paket. Denkt dran, wenn ihr noch Level machen wollt, dann macht sie jetzt mit dem Monarchen-Paket. Ganz easy. Aufgaben auch alle hochgeladen. Und in dem Sinne würde ich sagen, hast du das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop. Der Kram war ja gestern schon alles drin. Da hat sich nicht viel getan. Die ganzen Pakete sind ebenfalls noch drin. Nichts Neues dabei gekommen. Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich sehe manche Pakete nicht, wenn ich die nämlich schon gekauft habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Freitag hoch und haut rein.